Wunderschönen guten Batman, meine sprudeligen Spritzer. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Counter-Strike Video. Haut ein Like raus, nachdem ihr das Video enjoyed habt. Peace! Yo, wunderschönen Batman und Spritzers. Rony ist hier am Start und ja Mates, wir sind zurück auf Geetrop. Die Seite ist natürlich ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Oh, da war gerade ein dickes Battle offen. Wir haben aber gerade refilled und zwar mit 500 Hacken. Macht, denke ich, auch ein kleines Battle. Heutiges Thema ist Lieblingsessen. Würde mich voll interessieren, schreibt das unbedingt mal unten in die Kommentare, was euer Lieblingsessen ist. Weil bei mir ist es so, wir haben so einen Pizzaofen geholt, so einen Oni. Weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht auch einen Pizzaofen hat und für den könnte es interessant sein. So einen Oni-Ofen, den großen, mit Gas und haben jetzt den ganzen Sommer lang oder letzten Sommer lang Pizzen gemacht. Echt übel oft, auch voll dran rumgefeilt, welcher Teig gut ist, wann er den Teig aus einen Kühlschrank holen muss und und und. Und hat wirklich zum Schluss besser geschmeckt als aus den meisten Pizzerien. Deswegen waren wir da schon echt stolz drauf, muss ich sagen. Aktuell bin ich voll oder seit dem Winter bin ich voll auf den Trip vom Burger. Da will ich auch noch so mein perfektes Rezept machen mit perfekten Fleischmischungen und perfekten Soßen und perfekter Käse und und und. Das sind aktuell so meine zwei Lieblingsdinger, würde ich sagen. Ich bin auch super, komm jetzt müssen wir mal gewinnen, wir machen mal ein Team Battle. Ich bin auch super Fan von Rindfleisch, finde ich super lecker, aber nicht zu Hause. Ich weiß nicht warum. Wenn ich das im Restaurant kriege mit der richtigen Soße, mit dem richtigen Garkrat und so. Garkrat kriege ich zu Hause hin, inzwischen mit so einem Thermometer, was man reinsteckt. Aber irgendwie, wenn ich das im Restaurant kriege, das so durchdacht ist mit mit der Soße und mit den Beilagen und mit allem drum und dran, finde ich das super hammermäßig geil. Wenn ich zu Hause mache, finde ich es für den Preis gesehen nicht so geil. Also auch zu Hause zahlst du ja für ein Rinderfilet oder wie auch immer zahlst du ja um die 20 Euro. Oh nee, Alter, jetzt zieht da auf einmal der Bot-Crony, oder? Wahrscheinlich, weil ich ihn verraten habe, weil ich ihn nicht bei mir im Team haben wollte. Aber ich, äh, auf Biwa lasse ich noch nichts kommen. Kann natürlich sein, als der noch das Pult. Da finde ich zum Beispiel so Burger zu Hause machen. Kostet, weiß ich nicht, 5 Euro pro Burger. Hunderttausendmal geiler, wenn du Rindfleisch selber zu Hause machst. Könnt ihr ja auch mal reinschreiben, ob, äh, euch Rindfleisch zu Hause auch schmeckt, ob euch das gut gelingt oder wie auch immer. Ja, bei mir ist das so ein Essen. Ich esse super gerne im Restaurant. Zahle dann lieber 35 Euro dafür und hab was wirklich geiles. Uh, Baby. Wer war's? Oh, beide, Alter, beide. Da haben wir uns die Hand gereicht. Uh. So schnell kann sich das ändern in zwei. Alter, die Kiste hat doch nur 5 Dollar gekostet, oder? Äh, ja. Zahle ich lieber 35 Euro im Restaurant. Selten, ne? Also wir gehen auch vielleicht einmal im Monat ins Restaurant. Ist nicht so, dass ich da jeden Tag ins Restaurant gehe. Ähm, uh, da haben sie noch mal ein bisschen nachgeholt. Es bleibt spannend. Genau. Als zu Hause mir für 20 Euro irgendwas zu machen, was mir so halbwegs schmeckt. Finde ich andere Sachen geiler, die man zu Hause machen kann. Raclette, auch immer so ein geiles, geiles Gerät. Also Raclette, oh, ich lieb's auch. Oh, wer hat er? Wer hat er? Ah, Baby hat wieder ein Furfi gezogen. Oh, Digga. Alter, egal wer im Team gewesen wäre, ich hätte durchgecarriert. Boah, das wäre es jetzt gewesen, wenn auch das Fade Knife gekommen wäre. Köstlich, schmächtlich würde ich sagen. Verkaufen wir gerade alle und haben einen Profit von 300 Dollar am ersten Christen. Da machen wir gleich ein Battle nochmal. Selbst wenn wir das verlieren, haben wir noch 120 plus. Das ist schon gut. Komm, wir bleiben mit dem Team so, wie es war. Haben wir den Teampartner hier nicht verraten. Machen wir noch eins. Gucken, wo wir rauskommen. Wir halten die Skins vielleicht auch, wenn wir gewinnen, für Trade-Ups. Ich muss da mal ein System überlegen. Irgendeine Gambling-Seite hat mir nämlich auch mal gesagt, dass... Oder irgendeine Case-Opening-Seite, nicht Gambling, sorry. Irgendeine Case-Opening-Seite hat mir auch mal gesagt, dass die Case-Openings eigentlich relativ ausgeglichen sind. Also, in Anführungszeichen ausgeglichen, ne? Aber die machen da 5% Gewinn. Zwischen 5 und 10% machen sie Gewinn. Und öfters mal ziehen die Leute auch was krasses. Uh, geile 5-7. Und die meisten gehen dann echt bei diesen Trade-Ups bruch. Da gehen die bruch, weil da hast du ja auch diese 5-10% Odds. Was ja genau das gleiche ist wie bei Kisten. Aber bei Trade-Ups hast du das Problem, dass entweder du verlierst, dann ist der Skin so oder so weg und die Seite hat bloß gemacht. Oder man gewinnt und denkt sich, hm, vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht kriege ich ja 1000 Dollar zusammen oder wie auch immer, ne? Durch diesen Gedanken immer mehr, 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 ist irgendwann alles weg. Das ist Grundregel für solche Sachen. Und deswegen, eigentlich sollte man Upgrades gar nicht machen. Außer es wird gesponsert und es ist ein YouTube-Video. Dann finde ich es noch okay. Wenn es zur Unterhaltung dient und wenn man auch mal Glück hat und es klappt. Ähm, apropos Glück haben und klappen. Ich leuchte jetzt hier echt mal. Oh, scheiße. Irgendwie 80 Dollar ist schon ein krasser Unterschied, ne? Ja, wenn ich jetzt wieder so ein Messer ziehe oder so, dann ist alles vergeben und vergessen. Aber, muss auch erstmal passieren. Muss auch erstmal passieren. Ein paar Crony richtig am reinschweißen. Ich aber leider auch. Nicht ganz so schlecht wie der Bot. Aber, lieber noch schlechter als ich. Also die, äh, Molo ist der Einzige, der hier, der hier ein bisschen abrasiert hat. Na gut, in diesem Sinne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bin gespannt auf euer Lieblingsessen. Und bis bei dem Moment. Tschau.